Und dann Q auch gar nicht mehr rechtzeitig weg. So, wieder ein Q da dran zu kommen, erster Satz mal abgewehrt. Schöner Pazir. Oh, das ist zweimal. So, rein in den Satz Nummer 3. Aber so oder so mit einem Sieg, sich auf Grün-Wettersbach ein bisschen Abstand aneignen. Und auch immer wieder die Abstimmung nach dem Aufschlag. Stark! Er nimmt, guckt wie bewegt sich Tobias Rasmussen. Sieht in die Bewegung rüber in die Vorhand. Werder Bremen gegen Oxenhausen ist soeben beendet. Werder Bremen setzt sich zu Hause mit 3 zu 2. Aber er würde den Teams dahinter um Mühlhausen um Bad König gehen zulassen. Tolle Annahme von Tobias Rasmussen. Er wird 11 zu 3. Projekt von kleinen Fehlern, von unnötigen Fehlern. Mal gespielt, Jorgic viel Zeit sich hier auch wieder auszusuchen, was er macht. Gute Platzierung von... ...den eigenen Aufschlag in Form von Daku Jorgic noch mal was machen zu können. ...kriegen Sie zwei Matchbälle. ...die für die Annehmer am besten funktioniert hat. ...und Sie machen es. Franziska verfehlt. ... ... ... ... ... ... ... ...